Ebenso möchte ich jetzt auf die Bühne bitten, unseren Meisterarchitekt und meinen guten Freund Frank. Frank! Frank! Dixie! Hilfe! Ich kann nicht mehr! Ich verblute hier! Wir warten wieder los und bleiben! Wir sprengen! Scheiße! Ich... Ihr wird zu politisch sein! Nein! Ich glaube, wir haben den Eiffel. Ich glaube, wir haben den Eiffel. Ich glaube, wir haben den Eiffel. Dixie! Frank! Frank! Ist wir in Japan? Bitte schnell! Scheiße! Dixie! Dixie! Mann! Das muss man einer sagen. Ich hätte nicht alles verschoben. Untertitelung des ZDF, 2020